Hallo ihr Lieben! Wie ihr seht, bin ich heute mal nicht mit meinem Gitarristen, sondern mit unserem Studiohund Lu. Der wollte immer schon mal aufs Video, ne Lu? Und heute haben wir es ihm dann mal erlaubt. Und wir zwei, wir wollen euch ganz, ganz schöne Weihnachten wünschen. Ein frohes Fest, ein besinnliches Fest mit eurer Familie, mit euren Freunden. Und wir hoffen, dass wir uns auch im nächsten Jahr wieder hören und wieder sehen. Denn ich fand, das war ein ganz fantastisches Jahr mit euch. Ja und wir beide, wir sagen jetzt, frohe Weihnachten, alles Gute, macht's gut und wutscht gut ins neue Jahr. Tschüss!